Ein Gefühl ist doch auch eine Art zu denken, nicht wahr? Ich mag Gefühle. Die melancholischen Gefühle. Du liebst deine Melancholie, oder? Ja. 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 Und hat er schon einen Beruf? Er ist ein Künstler. Maler. Das ist nicht so einfach. Also, bis man damit Geld verdient. Was ist los mit dir? Ich will zurück in die Stadt. Ich verstehe dich nicht. Wir haben das Haus bis August gemietet, damit du malen und zur Ruhe kommen kannst. Edward, ich fürchte, wir haben schlechte Nachrichten. Wir müssen die Ausstellung leider absagen. Wieso? Man hält diese Bilder für unfertig. Na, das ist meine Entscheidung, oder? Meine Seele ist wie zwei Zugvögel, die in verschiedene Richtungen fliegen wollen. Ja, in ihnen wohnt große Genialität. Aber sie müssen lernen, mit dieser Macht umzugehen. Ich habe gelesen, dass sie das Haus nicht mehr verlassen. Ich habe genug von den Menschen. Aber mich haben sie trotzdem empfangen. Nicht freiwillig. Es geht ins Leben! Sie wissen rein gar nichts über mich! Nein! Nein! Untertitelung des ZDF, 2020